hallo leute der pd am start willkommen zum neuen part von portal 1 im part 3 wir sind letztes stehen geblieben bei level 16 und wir werden jetzt gegen solche kampfmaschinen oder so die wurden für militär gründen gemacht keine ahnung als verteidigung und wir müssen jetzt bei denen vorbei und das wird jetzt ein bisschen schwierig wenn die uns finden ballern die auf uns und die können auch sprechen und wenn sie mich sehen für wahnsinnig natürlich also sie könnten hier natürlich ist nicht durchschießen aber sie können mich natürlich auch noch sehen der natürlich nicht aber man kann die auch als waffen selbst benutzen dem man sie die hebt und dann einfach das vorlässt auf jeden fall nicht sache setzt man kann die jetzt als schutzschild benutzen bluseffekten als ob ok es wird doch schwieriger als sonst ich muss jetzt hier schnell durch muss ich eigentlich hin die sache ist auch die wenn man die umwerft sind die automatisch kaputt erwarte wobei ich den dahin der fällt jetzt die ganze zeit hier durch nice erst dauern ok aufpassen um die ecke kann jederzeit noch weg kommen kann man die nicht irgendwie wirst hätten leider ich habe ich glaube das geht auch nicht ich bin da nicht ich könnte jetzt eigentlich wie mache ich das muss muss mich da hinten anschleichen da ist nix achso wir sollten angeblich da oben hin oh mein gott die ballern nämlich am schluss immer noch extrem mega drauf das ist richtig arg jetzt kommt meine hass stelle die stelle ist so schwierig die schaffe ich meist habe ich immer nur durch lang geschafft weil da jetzt von beiden seiten welche ballern und dadurch bekommt man aber hier ach so man kann ja auch sneaken hier ist glaube ich in secret glaube ich mal von irgendwas anderen aber ich weiß jetzt nicht gerade was hier gibt es natürlich ein secret aber ich weiß wie gesagt nichts wieso wofür ich glaube da sind die penner oder die die ach da kann man was sehen die cake is lie the cake is lie hello can't i help you ok das sagt ist mir gerade eigentlich auch nicht weiter man kann die ach so das steht jetzt wie warte ich muss mal da kurz durch rutschen ach so ich habe ich glaube das geht zu die sache ist das bringt sich das jetzt man kann hier wie gesagt jetzt ein portal schießen aber viel bringt sich das nicht bei dem kann ich ja natürlich auch nicht darunter schießen es ist jetzt ein bisschen schwieriger hör auf das ballern ja schön für dich wenn du es verloren hast warte geben wir das mal darauf dann können wir ein bisschen nach vorne nunzen nein nimm das so es können wir jetzt können wir hier vorbeilungen aber viel bringt sich das jetzt nicht was ich testen kann ich könnte vorbeirennen den stelle nehmen und mich da dahinter stellen dann irgendwie wegwerfen ich da ist das erste mal weil hier bringt sich ja auch nichts oder da ich nehme eins als schutzschild dem ich teste mal ok 321 go ich lebe noch ich lebe noch oh mein gott ok die taktik hat schon mal funktioniert denn einen weg zu bekommen die sache ist jetzt die ja ich kann gerne herkommen baller ruhig baller ruhig schub sich um ok das habe ich jetzt auch oh mein gott holy shit man ich bin so doof man soll sich nach oben teleportieren oder wären dann drauf fallen so wie bei dem ok jetzt weiß ich auch mal wie man das eigentlich normal ist ich habe es glaube ich auch immer so gelöst warte der der sieht mich nicht der aber schon ich müsste da drauf was legen also drauf ballern so und darauf genau so sollte es funktionieren ist hier noch einer kann man mich eigentlich sehen ich will runter ich will runter oh ne 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 oh mein gott das war noch knapp das war noch knapp alter die schusslöcher einfach richtig nice na schon wieder ein radio Achtung wo bin ich da welcher sagt und ballern zum po ballern die all das laut was das kommt kommen da von denen welche runter okay gucken wir mal wie das können wir machen warte mal darüber spalern dass ich hier rüber gucken kann okay ich müsste oh nein oh nein nein oh mein gott das war extrem blöd gerade von mir ich kann jetzt hier gucken okay bei dem kann ich nichts machen kann jetzt einfach nur da nice okay der ist auch jetzt ausgeschaltet okay das wird jetzt schon einiges schwieriger und das ist erst nur ein level da muss ich auch was der ist der nervigste ich muss schnell drauf ballern ja okay welches total jetzt da oben dass das orange blau ist da ich muss was holen und wir haben es geschafft nice oh mein gott scheiße geht und geht du vor okay warte hautsch hä wie das 8 drüben noch nie sind wir das jetzt schaffen ach nee das muss ja drauf bleiben ok lol warte ja nie ach nee wie mache ich denn das denn jetzt warte ich gehe mal da das sind ich hole mir ein paar kisten nice radio immer noch ich mag die musik irgendwie und stellt ihr einfach hier davor hin noch eine kiste noch die kiste erschaffen wir leute erschaffen wir sind jetzt schon zehn minuten um also glaube ich aber ja ok 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 jetzt brauche ich hier noch was und wir haben es geschafft glaube ich mal das ist auch noch einer die kommen wir da vorbei aber kann wir durchschießen ja können wir nicht oh ne oh ne oh ne das ist immer noch am gefährlichsten wenn sie uns nicht nur dann am schluss noch treffen und töten das in richmond center weist erneut darauf dass die androiden hölle existiert und sie bei widerstand dorthin geschickt werden sie beim jeglichen widerstand nicht mal vorlesen kann sie den text haben wir auch schon letzten part gemerkt ok vielleicht etwas entspannter liefert einen gewichteten begleiter kubus in drei zwei eins was ein was das lichter kurs der gewichtete begleiter kubus begleitet sie durch die testkammer passen sie auf ihn auf achten müssen wir jetzt den ganzen parkour mitnehmen ja da hoch da hoch und wieder nehmen also das ist einfach nur als hilfe und freund darum denke sicher was ich wangst ja die bar da kommt das die ganze zeit die am häufigsten auftretenden symptome bei enrichment center tests sind aber glaube sprechen mit leblosen gegenständen und halluzinationen das enrichment center erinnert daran dass der gewichtete begleiter kubus nie drohen wird sie zu erstechen und gar nicht sprechen ja nice ach nee er geht kaputt ich weiß nicht was hinter mir passiert das ist das problem das ist hinter mir ok ich kann runter gehen ich kann runter gehen ok 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 ich war jetzt ein bisschen leiser weil ich ein bisschen mich konzentrieren musste wir müssen aber eine kugel von dort mitnehmen da eine blaue und die kommt dann dahin also haben wir schon mal eine plattform erstellt die was bringt es bringt die uns ich weiß nicht ob das eine gute dieses runter zu gehen ich gehe aber mal runter ja können wir da durch ja wäre da schon das ende oder nicht was ist eigentlich hier ach ok 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 würfellein komm her dich mag ich mit deinem herzen geh kurz kaputt wir müssen das so rüber lenken so wie in so oh oh ich hab's geschafft ja sollte der gewichtete begleiter kubus denn noch sprechen empfehlen wir dringend seinen Rat zu ignorieren ok ich will jetzt einfach nur hier rein weil das auch ein secret ist wie es aussieht oh der kubus euer freund und helfer hm nice hm einfach nur von würfel zu würfel warte portal geh weg ist da noch was ja ich will hier nochmal kurz schauen was wir hier eigentlich gefunden haben ok jetzt müssen wir noch rauskommen das geht aber gottse dank noch weil jetzt habe ich mir irgendwie angst Sorgen gemacht dass es nicht geht das haben wir das haben wir jetzt müssen wir nur noch da hin ok komm wenn wir vielleicht das schaffen wir schon ach zwei wege ach wir müssen das durchballern warte dann bringt der würfel muss aber dann darauf oder ich könnte darauf aber ich glaube dafür für es besser jetzt müssen wir hier eins platzieren aber wo ist das wo soll ich das andere hingeben nee oder ich muss ich erst drauf ich glaube ich muss erst drauf ich muss wieder rauf so erstmal wieder rauf gehen um da ein portal hin zu platzieren auf jeden fall da kommt jetzt hin das war das blaue merken hier kommt jetzt das äh blaue und wir haben es schon ich muss dann im richtigen moment weg gehen oder jetzt schon weg gehen und dann wenn es vorbei geht gleich drüber aber es muss irgendwie muss eine kugel kommen irgendwie kommt keine oder ja bin ich dumm der ballert keine hä der ballert keine hä hä oder ist hier noch was nee da geht es erst weiter hä der ballert aber auch keine hier wenn ihr seht es irgendwie schon aber ich gerade nicht ballert ihr auch nee hä weil sie schon aktiviert ist aber ich höre ja eine die ganze zeit ich geh mal hier durch ich guck mal die da unten ballert muss ich jetzt die von da unten nehmen etwa ach wie unnötig mamma mia okay da habe ich sie mal aktiviert ich wette ich musste die am anfang von unten nehmen und dann die andere ach nee ach nee Tür zurück mal zu sich wieder warten oder sagt die linie uns schon das wie es geht ok wir haben es auf jeden fall geschafft und den müssen wir mitnehmen wie es gesagt worden ist wir müssen jetzt hier rauf wir müssen jetzt hier rauf und ok wir haben es es ist nur noch ein Jump'n ran huah und huah geschafft und wo müssen wir denn dann hinbringen ach hier oder geschafft der gewichtete Begleiter Kubus hat ihnen wirklich Glück gebracht er kann sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten bitte bringen sie ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage nein nicht uns und Würfel das ist ja die ganze geholfen ach nee hey aber warte ja aber ich muss ach so ich muss da jetzt das aktivieren damit das aufgeht und jetzt müssen wir ihn leider sich stören das ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center das Arbeiter Science Pack sie haben ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher herzlichen Glückwunsch ein bisschen traurig dass wir ihn jetzt töten mussten das wollte ich eigentlich gar nicht wir haben bis jetzt aber erst zwei Missionen oh mein Gott am Anfang ging es noch schnell und jetzt wie gesagt jetzt sei noch kompliziert aber ich glaube ich würde den Part jetzt von hier auch an dieser Stelle auch beenden also ich würde jetzt diesen Part an dieser Stelle auch beenden wir schauen noch mal den nächsten Raum das Enrichment Center gibt ihnen folgenden Hinweis sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen seit wann kann man einen Kuchen aus uns machen aber egal wir sind hier jetzt bei Level 18 richtig nice also vielleicht können wir sogar im vierten Part sogar das alles schon durchspielen ja wäre nice und ähm wie gesagt wenn euch das einfach gefällt dann schreibt es bitte in die Kommentare und dann werde ich den zweiten Teil mit den anderen machen vielleicht wird es da noch noch chaotischer und vielleicht wird es dann auch noch schwieriger weil wir dann beide durch müssen dann das sehen wir dann mal auf jeden Fall sind wir hier jetzt stehen geblieben also sind wir hier bei Level 18 und wir werden auf all die Sachen hier antreffen was jetzt kommen ich bin raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder dann bis später euer Peter Ciao! This was a triumph I'm making a note here huge success It's hard to overstate my satisfaction Aperture science zum nächsten Mal wir sehen uns jetzt